Schwierig ist es heute, ja. Pssst, Pssst, Pssst. Auff�st! Ja. Gute Eingang. Aufpacken. Ja. Wir haben es ja nicht gefolgt. Wichtig. Es ist genau mein Problem, das Monica... Applaus Applaus Es ist ein Ruf, die es schon vorausschälte. So besorgt das gut, hinderlich ist es nicht, soll er nicht sein. Aber wir heißen ihn, wenn wir ihn auf die Plane bekommen. Sir! Herr Simon! Herr Simon! Seid mal gekommen, ihr auf die Plane. Benehmt euch, ihr seht zu einem Redaktieren. Als Dritter noch die Plane geführt. Eine Weisigkeit. So, they're fighting or? Vergehen ein Rauen durch Volk! Why? Brunhilde von Ortru! Oh, oh, thank you. Vikings? Neid? Neid? Neid, ja. 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 Und dann, they're... Gonna fight? Ja. I think so. Oh, there's a girl. Ja, ja. Ich bin, ähm... 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 Ja. Und dann, ähm... So, there are four Knights. They represent different nations. Oh, nein, 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 nein. Nein? Prost, mein Volk! Tschüss! Ich bin, ähm... Ja, auch auf eurem Gesundheit. Herr, bitte, dass ihr das Volk welches angereist ist. Und ihr seid euch die Spülerein zu sehen. Grüße, dass ihr neben eure Fahrten zeigt. Einen Platz. Weiß denn, würde ich euch bitten, leitet nun zusammen einmal am Volke vorbei. Die Zeitzeichen auch herrlichkeit und pracht. Und ich werde mir den Knacken besprechen. Läger der Eck Ich kann es nur für ein einfaches Essen, das ihr möchtet. Ja. Und dann... So they're gonna just take circles and see. And there's gonna be a fight. I don't want to see some fight. Blood? I want to see some blood. That's the whole place. He's taking the lead. Oh, they got the real steps. Are you doing? I hate it. So do I. Yeah, I know. That's why I don't like the camera to be on me. Hey, Aiden. Hey, Aiden. Aiden? Hi. Hi. He's working here today. He, he, he. I'll tell you in Rio, where the Pferdes are. Hey, Aiden! Der Eiweiß ist heute. Der Eiweiß ist heute. Der Eiweiß ist heute nicht zählen. Wir schauen jetzt wieder herrscher. Wir haben zwei Minuten zu durch. Der Landsehenden, der Kistler von Friedrichsbruder. Wolle an meine Herren. Noch ein paar Minuten. Ich habe das Ringlein aufgeheizt. Doch meine Herren, meine Damen, ihr Siegwässer ist relativ einfach, das Ringlein drucken und der Freie aufzuschreiten. Knappe, du willst dir das auch aus deiner Hand machen. Die Räder werden versuchen, diese beiden Ringlein jetzt in ihr Lager zu bringen. Für Simon, dann Wolland. Diesmal sind die Helge vom Knappe noch dran. Wolland, Christian. Ich will noch mal Schiri jetzt versuchen. Was bringt ihr? Der soll den Ring hoch in der Luft festnageln. Knappe, hast du gehört? Ich würde es nicht hoch in den Himmel schießen. Warte. So, Christian, wir versuchen ihn aus der Luft zu kriegen. Wolland. Wolland. Wie? Armin. Für mich, Sieht? Wo? Oh, nice. Roland, Akkorde, Konsum, nun Kling, aufhören! Oh, nice to meet it! Very good, man. It's really hard. Yeah. Rundhilde, jetzt wird's schwer. Und? Wohin? Aus wie Daule! Zeig dir jetzt noch nicht. Rundhilde von Ort durchrücken und das Ringlein aus dem Mund des Jungen-Stoppel herausholen. Und? Perfect news, perfect! Hallo, mein gefällt! Rundhilde, ihr wisst euch noch zum Zawaltskönschen zu dir treten. Roland, das war euch die beste Leistung für an der Ex-Vendorin der Sorte. Was war es für die Haupt-Vendorin? Wir haben schon zwei Sekunden. Sticks 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 A Scarecrow A Scarecrow A Scarecrow Ja It's like a Scarecrow Oh, Armour But the way it's put on there It can be called a Scarecrow A Scarecrow is like You put stuff on the stick To scare people And that was Kakashi mean And you know Kakashi means Scarecrow Yeah Oh, Archery Two of them One of them And Simon Yeah Oh 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 Wir haben hier einen Vogtkollegen. Ich glaube, das war gleich reich, Papa, das macht man gut. Hinten einander weg. Kollegen, ihr seht nicht direkt vor die Füße. Wir verteilen sich jetzt hintereinander. Wir müssen hintereinander mit 30 Minuten. Richtig, das ist ein Schaf. Nee, das ist ein Schaf. Ja, das ist ein Schaf. Ja, das ist ein Schaf. Oder wie ist das? Wir sehen, wir sind immer weg. Nein, ich glaube, wir wollen nicht. Das ist auch nicht so. Ja, das ist ein Schaf. Den direkt vor der Füße. Ja. Ja. Ja, trefflich. Ja, trefflich. Die Übersetzungsverhältnisse. Grafisch, ja. Also wie so ein... Köpfen Sie? Ja, ja. So, oder? Otto! Jederzeit, das war gut. Na ja, wenn du es wusstest, kommst du mir einfach so. Wobei, komm. War Christian vollständig oder, wo der der wenigsten gemacht hat, oder? Ja. Aber er kriegt wenigstens Dank und Anerkennung. Jawohl! Dann haben wir noch den Herrn Seibel. Den kann ich persönlich nicht leiden. Den kann ich aufbauen hin. Wenn er plötzlich über der Otto-Rundfunk übrig aufbauen. Sie würde gerne haben. Das ist auch nicht zu sagen. Und für euch beide habe ich eine Spezialität vorbereitet. Könnt ihr wissen, wer von euch beiden den nächsten hier das Schaden hat? Müsst ihr den Ritt gegen den einzelnen Vorwalt fahren? Könnt ihr das? Ja, was? Ja, was? Der Knappe wird nur den einzelnen Vorwalt einschleifen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wäre von Zut! Ja. Jetzt kommt das Ruhlo, Frau von Lohlo, meine Mannschaft gereicht. Wir sind immer werten Wenn wir uns in den Roller 3-Bänden versuchen, ein Schiff des Zimmers zu treppen, einsetzt sich dieses einzelne Teilgebiet und der mit eisigen Pfannen sagt, wird den Lipp bei den Nacken schlagen. Das sieht sehr gut aus und tut recht nicht weh. Und sollte darin ein gutes Pferd haben, dann ist das Pferd natürlich weg und der Roller beginnt sich zu sehen. Jede Umdrehung ein Punkt. Wer von euch die meisten Punkte hat, ist Sieger der Torei. Ich bin jetzt raus, ich zähle da nicht mit. Das Volk soll zählen. Wie viel Umdrehung der Roland schafft, immer ein Rhythmus gegen den einzelnen Roland. Brunhilde von Orgo! Das geht halt irgendwann auch von 150 Jahren. Ja, ich bin jetzt vergessen. Ja, ihr wisst, ihr müsst mehr zu spüren. Also mehr wie hier. Klappe, sprich mit drei. Und dann bitte in der Stellung. Und heute kommt so, heute Abend. Das ist super schön. Roland. Und jetzt kommt der Ange. Juhu! 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 Was jetzt für Simon? Abgestrahl! Und die von vier! Und vier! Simon! Was ist das für Englisch? Es ist Englisch, dann ist es Furious. Furious, ich denke, ist ein bisschen mehr als Englisch. Ich bin Englisch. Furious ist, ja? Furious, ja? Ja. Bier bes Kopf? Das ist schon immer! Im Ordner. Was würdest du das einy Tunis, celler Evalute? Musik Sie haben Angst gemacht. Ich denke, ich muss raus. Das ist Gott, was ist hier mit auf. Das ist Gott mit auf. Im nächsten Landstamm sehen wir. So, Simon. Ich war zu voll zurück. Ich habe der Micha die Zenturen gezeigt. Okay. Ja, aber das ist anders. Ja, sie. Das war brav geil. Ich denke, dass ich etwas sehen kann, dass ich es nicht mehr sehen kann, wenn ich es nicht mehr sehen kann. Rundfunk Das ist ein Problem. Oh, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. In der Realität, das nicht funktioniert. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ein Handwerk-Klopper für unseren Herrn Otto. Und damit spielen wir den Partei Brunhilde von Otto. Das macht Sinn. 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 Und wenn daslooking manifester ist, diesen Faktion dangers zu stellen, Leadership zu eines Ofen. Vielen Dank.